Doom. Ein Shooter, der seinesgleichen sucht und mit einer der ersten seiner Art ist. Doom wurde nicht nur einfach auf die Konsole portiert, nein es wurde fast neu dafür programmiert und man merkt es dem Spiel in jeglicher seiner Facetten an, dass es eigentlich wie gemacht für die PS1 ist. Es steuert sich butterweich und zaubert dem wahren Kenner ein richtiges Schmunzeln während der Baller-Orgien auf das Gesicht. Doom ist perfekt für einen dieser Tage, wo man einfach nur den Kopf ausmachen und alles was einen in den Weg kommt, einfach nur umrotzen möchte. Das ist Doom. Etwas grobschlechtig in der Grafik, aber wenn wir überlegen, dass es ein Spiel von 1993 ist, kann man darüber getrost hinwegsehen, wie ich finde. Und somit ist das Spiel ein Muss für jeden, der gerne mal einen Ego solltestiert und einfach nur ein paar Gegner umrotzen möchte. Spannende Musik